So, wir nehmen wieder auf, auf YouTube. Hallo meine Freunde, ich bin Säuer Odo. Wir sind in Episode 5 von Life is Strange. Und wir haben gerade grausam herausgefunden, dass der Bösewicht nicht Nathan Prescott ist, obwohl er sicherlich auch böse ist. Sonder. Der verrückte Mr. Jefferson. Polarized. Episode 5. Ja, würde ich ganz gern tun. Das heißt, jetzt erhältlich. Ich habe es gekauft. So, fahren wir fort. So, muss ich mir das jetzt nochmal anhören? Alles? Das heißt, wir können uns nicht glauben, als wir uns nicht glauben. Ihr kennt mehr von mir als ich. Nein, du und Chloe denken, dass du mehr von jemanden kennt. Wie alle Kinder. Oh, look. The Wonder Twins. Was machst du in meinem Dorm? Du bist so fucking dead! Nathan ist wirklich psychotisch. Ich weiß, dass er etwas zu tun hat mit Rachel missing. Kate nicht die erste. Alle diese Binderungen sind mit anderen Begrüßen. Was machst du hier, Max? Ja, 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 ja. Ja, 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 wir wissen es. War für Strangers, ich bin blablabla, ja, ja, und. Können wir weitermachen? Was heißt, wähleweise? Ich kann fast nie irgendwas aussuchen. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Hier ist für Jugendliche gedacht. Kommen Vergewaltigungsszenen vor? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, es ist für Kinder. Naja, Kinder vielleicht nicht, aber... Ja, wir machen noch einmal Werbung für die Firma, die das gemacht hat. Ich finde das erstaunlich. Ja, wir kennen uns hier schon aus. Das kennen wir schon alles. Äh, es läuft nicht auf den Shaw-Price-Cut. Vielleicht ist der Mr. Jefferson auch irgendwie verwandt mit den Price-Cuts. Hm. Hängen wir mal an, das werden wir jetzt erfahren. Oder auch nicht. Gibt es 5 oder 6 Teile? Ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass es nach dem 5. noch einen 6. Teil gibt. Polarized. Ja. Obwohl. Jetzt haben wir jetzt die gesamte fünfte Episode da drinnen und müssen ausbrechen. Verschbleibend. Chloé? Was? Oh, okay. Hilfe! Somebody help me! These straps are hurt. Of course. And right in front of me. Was ist das gleich? Ich sehe es nicht. Verdammt, ich habe noch immer keine Blöde. Hey, da sind Spritzen. Gott, ich erinnere mich nicht, was passiert. Oh, verdammt. Das ist ich. Er hat die Schlacht letzte Nacht. Warum? Was ist das? Ist das von uns heute irgendwas? Mhm. Ach, das Handy ist das da drüben. Ah, der für uns. Naja, free ist vielleicht das falsche Wort. Jetzt können wir es besser anschauen. Okay, wir haben da eine Spritze. Gott, ich erinnere mich nicht, was passiert. Äh, ja, jetzt ist es näher, aber irgendwie... Oh Gott, das war wieder das. Welche Taste muss ich verwenden? A und D, linke und rechte Maustaste. Wie habe ich das letztens gemacht? Ich habe nicht den blassesten eines Schimmers. Ich habe das natürliche Replicate. Oh. Oh, das ist großartig. Oh, Max. Das Angeln schlägt dein Purity, Sieg. Das Modell ein wenig ungewöhnlicher ist oft das öbliche und ehrlichste. Keine Verlust, keine Verlust, nur eine pure Ausstellung. Oh, Gott. Schau dir das perfekte Gesicht. Ja. Ja. Jangan rindu! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup, he tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more. As his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Good. Oh, those eyes. It's just too bad. You're so goddamn nosey, Max. But this room is under 24-7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone, and you've thrown right into my hands. I really should have focused on the schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that I killed... that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history, like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Oops. Max? Please do not move so much. I need you posed and framed. My way! Can I actually do something? No. I really have to look at you. No. No. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter though. I've had my eye on you. And I've noticed that you've been more... fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take the shot. No. No. Okay. Sie hat ihm irgendetwas kaputtgemacht. Oh, Jesus. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich bin so krass. Warte. Jefferson konnte nicht die Schleifte an seinen Fotos anhalten. Gut. Jetzt kann ich sie benutzen. Oh, ich bin definitiv in dieser Fotos mehr wundern. Ich könnte diesen. Das könnte funktionieren. Bitte funktionieren! Hallo? Können wir mit Space wieder autofokussen, nachdem ich so unfähig bin? Was ist das für ein Minigame? Warum bist du so innozentig? Also, ich muss mich jetzt die gesamte Episode 5 durch meine Vergangenheit durchquälen? Ich bekomme hier ein paar spektakulärere Bilder, Max. Ja, Viktoria würde sie töten, um zu sein zu sein, aber sie versteht nicht unsere Verbindung. Äh, ja, das glaube ich auch. Du bist gut, Max. Ich wähle dich. Dein Porträt. F*** dich! Du versuchst zu hart. Ich weiß, dass du Angst hast. Du hast alle den selben blöde Eindruck, als du hier wundernst. Verwendet mit Angst, als du wirst, was zu passieren. Herr Jefferson. Warum machst du das? Oh, Max. Ich bin so glücklich, dass du diese Frage hast. Ich bin. Ich bin obsessed mit der Idee, dass du den Moment innozentig wirst, innozentig wird in Korruption. Die Veränderung von Black, zu White, zu Grey, und vor allem. Die meisten Modellen sind wunderschön. Sie verlieren diese Naivität. Insofern, einige Blackwell-Studien tragen ihre Hoffnung und Optimismus mit ihnen, wie eine Aura. Und diese Glückwunsch sind meine Modellen. Meine Beziehung. Ja. Du bist ein Psychopath. Und das ist deine letzte Session. Au contraire, Max. Ich bin so sane, dass niemand weiß, was dich jetzt passiert. Und nicht mich auf deinem Partner zu beginnen. Ich hatte genug von diesen Faux-Punk-Sluts in meinen Tagen in Seattle. Okay. Wir sagen das Obvious. Sie hat eine geschlossene Waffe. Das war sicherlich Selbstversorgung. Aber das ist, was passiert, wenn du mit Schäden spielst. Oder versuchst du mit mir. Es ist besser, wenn wir nicht wissen. Das hat er recht. Wie pure, sweet. Okay. Blah, blah, blah. Oh, Gott. Ich liebe deine Waffe jetzt. Du könntest es gut schäden, weil es das letzte, was du hörst. Oh. Oh. Das hat mich auf einen Hörst. Deine Waffe verändert sich. Deine Waffe verändert sich. Schön. Ich will, dass du das wissen willst. Als du dem Prinzip gesagt hast, dass ich Kate kreier habe, ich dachte, dass du mir fast hast. Es ist gut, dass unser Prinzip der Prinzip Welles ist, wie die meisten Administratoren. Ein Klozett-Drunk. Ich weiß, dass die Preskots haben einen großen Scandal, wenn die Stadt herausfinden, was ihre Elite ist. Das hat mein Kloz gemacht. Du benutzt Nathan. Ich mag das Wort manipuliert. Wie mit einem Bild. Nathan war leicht, um sich zu drehen. Ich bin ein Kind von Vater für Nathan. Es passiert oft. In Beziehungen von Studenten und Studenten. Es war ein bisschen wie ein Kind. Du sagst ihm alles über deine Pläne zu Blackwell? Zumindest nicht die Schüler, die ich kenne. Ich sagte ihm, was er hörte. In Beziehungen hatte ich die Prescott-Fortune. Wer glaubst du, hat sich für diese gläubige, dunkle Räume und Equipment bezahlt? Wie könnte ich sonst all diese haupte, neue Drücke für meine Beispiele bekommen? Rachel Amber war deine Beispiele, nicht dein Beispiele. Oh. Rachel Amber. Das ist die echte Tragedie. Ja. 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 Das klingt fast so schlimm wie die Teenager. Sie hat sich die Bilder schießen auf. Das klingt fast so schlimm. Das klingt fast so schlimm. Sie war über Frank bevor es beginnt. Er hat einfach nicht wissen. Anyway. Rachel ist tot. Das klingt fast so schlimm. Aber keine Schmerz. Los Angeles würde sie auch nicht töten. Also würde sie sehen. Also würde sie sehen. Sie sind schade. Sie sind schade. Oh, ich sehe. Sie sind gut. Denn du hast deinen Freund verletzt, von verletzten Nathan ab. Ich verletzte mehr über Nathan als du hast. Nein! Du hast nicht. Es ist zu schlimm, dass er in lustre mit Rachel ist. Er dachte, dass er könnte, was ich mit der Kamera und der Subjekt. Wie ein Vater. Aber nicht wie ein Son. Wo ist Nathan jetzt? Er ist tot. Nach dem, was er zu Rachel gemacht hat, ich wusste, dass ich ihn nicht mehr als Protagier konnte. Jetzt wird die Polizei niemals finden. Jetzt verstehst du das jetzt, Max? Ich kann nicht verletzen meine Vision mit amateurs. Du bist amateurs. Schau mal die Träule der Todesst du hinterher hast. Du kannst nicht all das auf Nathan schade. Ich weiss nicht, was du mit mir machst. Du wirst sterben, für Chloe und Rachel und alle anderen. Ich liebe deinen Geist, Max. Aber du hast dich hier gebracht. Bei deiner eigenen Wahl. Ich mag mein Vater und mein Vater. Ich muss mir das echt alles anhören. Ich muss sicher, dass es nichts hinter dir ist. Okay. Okay. Jetzt, wir sehen, wie viele Schrauben kamen. Ich kann sehen, warum deine Instant-Kamera so appealing ist. Du brauchst keinen Computer, um deine Arbeit auszuprobieren. Okay. Haben wir die Möglichkeit irgendwo... ... oder mal da hinten? Sorry. Ich habe all diese Fotos in meinem Diary. Das könnte ein Weg raus sein. Hm, das stimmt. Was? Max. Max. Ich wünsche dir, dass du dich jetzt sehen kannst. Du kannst dich jetzt sehen. Du kannst dich jetzt sehen. Kann wir irgendwie dort drüber kommen? Ich sehe nur das, oder? Sonst sehe ich... Das ist kein Fokus. Aber... Das ist mein Fokus, Max. Ich habe alle diese Fotos in meinem Diary. Das könnte ein Weg raus sein. Gott. Kann ich denn die Fotos anschauen? Kann ich dieses Foto hineingehen? Da haben wir noch keine Fotos. Und dann weiß ich... ... ... ... ... ... Und ... ... ... ... Ich habe alle hinterfühlen! Jetzt kann ich auf meine Fotos! ... Ok, assistos. Kann ich da rein? Offensichtlich nicht. Steht ja jetzt drinnen, dass er ein verrückter Psychopath ist? Offensichtlich nicht. Was? Die rechte Maustaste um die Zeit zurückzudrehen. Ok, was wollen sie jetzt von mir? Also sie wollen offensichtlich, dass ich irgendwie zu dem... ...dass ich das? Jetzt, wir schauen, wie diese Geräte auskommt. Ich kann sehen, warum deine Kamera so sehr gut ist. Du brauchst einen Computer, um deine Arbeit zu schildern. Okay, das hat mir jetzt irgendwie nichts geholfen. Kann das sein? Ich habe all diese Fotos in meinem Diary. Das könnte ein Weg raus sein. Diese Purity personifiziert. Max, ich wünsche, du könntest dich jetzt sehen. Ja, ich würde das auch gerne bevorzugen. Ich habe nur keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist meine Schuld, Max. Gott, ich weiß jetzt echt nicht, was ich tun soll. Also ich muss da irgendwas machen. Offensichtlich. Warte! Bitte! Herr Jefferson! Max, ich würde gerne mit Schoppen sprechen, aber ich muss wirklich über diese Fotos gehen. Besonders während sie in meinem Kopf sind. Und ich denke, unsere Session war eine große Karriere für mich. Du... Du hast noch meine Diary. Keine Angst. Niemand wird es leer. Danke für mich. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Ich bin zurück, wo ich diese Wunderschöne Woche angefangen habe. Ich glaube, Max hat das, was die Kinder sagen, ein Selfie. Aber ich bin zurück. Ich bin zurück, wo ich angefangen habe, diese Wunderschöne Woche. Und niemand wird die Chloe verletzt wieder. Die Fotoportrette hat sich immer wieder populär seit den 1800en Jahren. Deine Generation war nicht die erste, die Bilder für Selfie-Expression. Entschuldigung, ich kann nicht resist. Der Punkt ist, dass die Fotoportrette immer ein wichtiges Aspekt von Kunst und Fotografie ist. So lange es hat sich stattgefunden. Jetzt, Max, seitdem du unsere Interesse hast, und sicherlich willst du in die Gespräche, kannst du, bitte, erzählen uns den Namen der Fotoportrette, die die erste Selfie-Expression gab? Wie geht es? Diese Klasse ist hella-Bullshit. Ich versuche, dass du das nicht gesagt hast, und lass dich versuchen, eine weitere Antwort zu antworten. Entschuldigung, es gibt keine Zeit. Ich meine, deine Klasse ist fast vorbei. Oh. Well, uh... Thanks for the warning, Max. So, the Daguerreion process made portraiture quite popular. Mainly because it gave the subjects clear-defined features. You can learn more when you finish reading the assigned chapters. Clearly, Max doesn't have the, uh, time. Hey, guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes... Time to change time. ...San Francisco, where you'll be feted by the artwork... First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. ...Melissa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the Dark Room. I hope I still love photography when this is done. Don't confuse the art with the artist. Bastard. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. Maybe. Mark Jefferson. I found you. Oh, David Metzen. 55, 6, 30, 82, 43. I can see that. I can see that. I don't want you when you feel so much like this process like this. I also want everybody to know what the rapid roads, not for everyone. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson. You'll be going to prison. The past was in the past. Am I pushing myself too hard? It doesn't matter what. Oh, Victoria. We could have been friends. But he only seems to care about Maxi. Everyone, he loves him. Okay. Yeah, 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 yeah. She has also her issues, I could say. Hmm. This fancy camera does not give you any extra talent, Victoria. Or excuses. You will not hurt Kate Marsh this time. This fancy camera does not give you any extra talent, Victoria. Or excuses. You will not hurt Kate Marsh this time. Oh, duh, 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 duh. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max? That makes me feel so blessed for the first time this week. I... I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Aww, Zeus. Thanks. You always know the right thing to do. Hmm. Like a nice hyper tail. Here. There... I don't know what to do. Yeah, we're doing everything. What to do. Hmm. Victoria... I'm sorry, you have to stand next to that psycho. Okay. Mr. Jefferson. We need to talk. Can you see, I'm talking to Mr. Jefferson? ich sehe dich wieder zu beschenken nichts anderes was hast du gesagt? warte, victoria warte, max? nicht bis victoria weiß dass sie hinter einem Schraub und posten videos von Menschen ist total verletzt wie einfach es ist zu schmieren jemanden, zu zerstören ihre Leben bist du stolz davon? wenn du keine Gefühle hast du, du musst denken über deine Aktionen hör auf ich habe nicht natürlich hast du du bist so nicht sicher du kannst sogar nicht glücklich mit deinem eigenen wirst du versuchen zu bringen alle zu deinen wunderschön und wunderschön ok, ich habe nicht gehört zu diesem blöchsten ich habe, m. Jefferson? naja, du hast schon gemacht, victoria dann, ich denke, ich bin fertig zu sprechen ich hoffe es sicher ich will nicht sagen, dass ich nicht das liebte, aber warum? hier ist meine Fotografie für die Heros-Heroes-Kontest oh das war einfach nein es war nicht einfach einfach ich noch nicht noch nicht pre-judge aber ich bin sehr glücklich, dass du besucht das das ich und Blackwell das erste für alle Arte ist Die Leute haben sich nicht mehr so aus, sondern sie haben sich nicht mehr Angst. Sie werden nicht mehr insofern. Oder schuldig. Na, danke für die Bilder. Vielleicht werden wir beide auf San Francisco fahren. Vielleicht werden wir nur ein von uns gehen. Nicht so modest, Max. Alles kann passieren in einem Wochenende. Du wirst herausfinden, Herr Jefferson. Okay, Herr Jefferson, wir haben gewonnen. Also wenn das jetzt Episode 5 war, dann war das ein bisschen lahm. Das war wirklich lahm, wenn das Episode 5 war. Gut, David. Tja, der Hausmeister war's. Schickt sie jetzt eine SMS von dort? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das... Chloe... Oh, du bist lebendig. Oh, du bist lebendig. Ich habe es geschafft. Ich habe alles fixiert. Ich habe es geschafft. Alles ist gut, Herr. Ich bin in der Distance. Wir sind fast in San Francisco. Ich bin so stressed, aber ich bin so excited, auch. Okay. Kommt noch irgendeine Dings? Ich bin so shopping. Sf-Bunker and Scandal. to drug-kidnap and photograph young women. Although there were no other signs of physical or sexual assault on the victims, the disturbing revelations have sent shockwaves through the tranquil city of Acadia Bay. Even Shaw Prescott, the most powerful businessman in the area, is under investigation for his role as owner of the farmhouse, where a high-tech darkroom studio was located. Two-moon diner. Hmm, okay, good, 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 good. I understand why this game is not yet to end. We still have these all super-catastrophes. Amid all the environmental chaos in Acadia Bay, such as the unseasonable snowfall and beached whales, some residents reporting seeing two full moons last night around 8 p.m. Witnesses claim that the whole moons were clear in the night sky until clouds covered them up shortly after they appeared. No cell phone or video footage has surfaced yet, which has led local meteorologists to believe that imaginations are in overdrive due to the recent eco-havoc. Okay, well, there are no pictures, of course, you don't believe that there are things that there are things that are happening. Excuse me sir, you have to shut off. Aww, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. Okay. When you're innocent, shut off your floor room. Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in the distance of the scope. We'll clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. So, I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. Okay. I bet this is a nice break for principal Wells. After all the damage control he had to do this week at Blackwell. Fly or die. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. You didn't get it. You just woke up in this reality. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott. Things have been hectic, to say the least. I totally get it, principal Wells. That's a smart way you're telling me to stop one. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco. But we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. No. No. No, of course. Why not? Why not? Okay. Herrschaften an dieser Stelle machen wir für heute wieder Schluss. Ahm. Ich halte das nämlich nicht länger aus. Und das nächste Mal, wenn wir hier sind, schauen wir uns wieder weiter an. Kann ich use im Chat? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hoffe, das nächste Mal schlafen wir wieder hier. Ja, okay. Tschüss, Maxime. Bis dann.